Los geht's! Leute, heute haben wir unfassbar wichtige Sachen, über die wir reden werden. Wir reden über Bitcoin, wir reden darüber, was wir in der Zukunft davon erwarten können von Bitcoin, Ethereum und Cardano. Außerdem reden wir darüber, warum das gestern ein historischer Tag gewesen ist. Falls du das gestern überlebt hast, dann wirst du in diesem Markt wirklich gut vorankommen. Denn gestern hast du den größten On-Chain-Crash in der Geschichte überlebt. Was das heißt, werde ich später in dem Video zeigen. Selbstverständlich werden wir auch über Altcoins reden und was wir in der nächsten Zukunft von den Altcoins erwarten können. Werden Altcoins also weiterhin so gut pumpen, wie wir jetzt in dieser unfassbaren Altcoin-Season gesehen haben, in der wir tausende Prozent Profite bei im Grunde genommen jedem Altcoin gemacht haben. Über all das werden wir also heute reden und wir reden darüber, an welcher Stelle sich Bitcoin momentan befindet, wenn man es mit früheren Halving-Zyklen vergleicht und ist der Kurvenverlauf immer noch intakt. Also Leute, wie ihr sehen könnt, wir haben eine Menge, über das wir reden müssen. Und damit, willkommen zurück meine Freunde. Mein Name ist Cristiano und ich bringe euch jeden Tag Krypto-Videos und zeige euch, wie man hier Geld machen kann. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, abonniert meinen Kanal und vor allem aktiviert die Glocke. So, dann lasst uns mal direkt weitermachen und zwar fangen wir mit Bitcoin an. Und gestern wollte ich euch eigentlich dieses Falling-Match zeigen, aber aus irgendeinem Grund habe ich das nicht gemacht. Ich schätze, ich habe es einfach vergessen, als ich gestern dieses Video gemacht habe und über andere Sachen gesprochen habe. Auf jeden Fall hatten wir ein Breakout aus diesem Falling-Wedge und ein Falling-Wedge ist immer ein eher bullisches Pattern. Deswegen konnten wir auch damit rechnen. Auf jeden Fall hatten wir dieses Breakout und wenn wir uns jetzt mal die Widerstands- und Unterstützungslinien anschauen, dann kann man etwas Interessantes sehen. Zunächst einmal kann man sehen, dass wir hier unterstützt wurden. Also hier bei diesem riesigen Dump wurden wir bei der roten Linie bei 30.000 Dollar unterstützt. An dieser Stelle haben wir einen wirklich richtig großen Bounce nach oben gesehen und seitdem sind wir weiter nach unten gegangen. Dann haben wir Unterstützung hier bei der orangenen Linie gefunden. Was man jetzt also sehen kann ist, dass wir bei den Kerzen hier, dass wir Lower Lows machen. Das ist schon mal keine gute Sache, aber hier bei den größeren Swing Lows, da machen wir ein Higher Low. Das hier war natürlich auch eine wirklich verrückte Kerze, die war exorbitant. Wir sind da von 38.000 Dollar bis auf 30.000 Dollar gefallen. Also das war wirklich unnormal, aber jetzt kommt das Ding. Wir wurden also erst einmal abgestoßen, hier bei der orangenen Box bei 37.600. Dann sind wir in die Box rein, wurden an der oberen Kante abgestoßen, sind nach unten dann über die orangenen Box, wurden an der Kante unterstützt und jetzt sind wir ein bisschen unentschlossen. Ich bin allerdings immer noch der Meinung, dass alles, was sich zwischen diesen beiden roten Linien hier abspielt, nichts als ein bisschen Lärm ist. Damit wir wieder eine etwas bullische Struktur in den Markt bekommen, da müssen wir schon 42.000 Dollar durchbrechen. Oder aber, sollten wir die 30.000 Dollar Unterstützung nach unten hin ausbrechen, dann rechne ich damit, dass wir einen weiteren riesigen Damm zu diesen Levels hier haben werden. Also, auf jeden Fall ein Auge darauf haben. Alles in allem, werde ich weiterhin den Dip kaufen. Ich bin der Meinung, Bitcoin ist immer noch das am besten performste Asset. Besser als Gold, besser als Silber und meiner Meinung nach hat sich auch nichts daran geändert. Aus diesem Grund werde ich weiterhin den Dip kaufen. Viele Menschen haben bei 64.000 Dollar Bitcoin gekauft und jetzt gibt es Bitcoin für die Hälfte. Das bedeutet, man bekommt doppelt so viel Bitcoin für das gleiche Geld. Deshalb werde ich auch weiterhin den Dip kaufen. Ich halte euch auf jeden Fall darüber auf dem Laufenden. So, jetzt möchte ich mal ein bisschen über den Lux-Algorithmus sprechen. Hier gibt es eine ganz interessante Sache, die ich euch unbedingt zeigen möchte. Und zwar mache ich dazu mal den Lux-Algorithmus an. Ignoriert mal den RSI und ignoriert mal die Lux-Volatilität. Das Einzige, was ich euch jetzt erstmal zeigen möchte, ist der Lux-Oszillator. Was man jetzt hier sehen kann, und zwar auf dem 4-Stunden-Chart, ist, dass wir hier ein paar Balken haben. Und zwar haben wir hier auch ein paar Balken. Diese Stelle hier, das war das erste Mal, dass wir nach unten gegangen sind. Und danach hatten wir diesen Run-Up nach oben. Dann, bei dem zweiten großen Drop bis auf 30.000 Dollar, hatten wir eine Riesenmenge an institutioneller Aktivität. Also, diese Balken hier, das sind institutionelle Aktivitäten. Institutionen kaufen also Bitcoin. Und für jeden Bitcoin, der verkauft wird, gibt es jemanden, der diesen Bitcoin kauft. Warum kaufen diese Leute jetzt also Bitcoin? Gibt es etwas, was wir nicht wissen? Naja, ich denke, die Institutionen wissen, dass wenn wir eine so große Korrektur bei Bitcoin haben, dann ist das einfach eine super Gelegenheit, um mehr zu akkumulieren. Genau so sollte man das meiner Meinung nach auch machen, denn es ist nur eine Frage der Zeit, bis Bitcoin wieder nach oben geht. Es wird also versucht, alle rauszuwerfen. Es wird versucht, Retail-Investoren rauszuwerfen. Und genau das werde ich euch an den On-Chain-Daten zeigen. Vorher will ich euch allerdings noch daran erinnern, falls ihr auch mit den Traden anfangen möchtet, heute ist der letzte Tag, an dem ihr 2.000 Dollar gratis auf Famics bekommen könnt. Also, falls ihr das machen möchtet, könnt ihr euch jetzt hier mit diesem Link registrieren. Egal, ob ihr schon angemeldet seid oder noch nicht. Außerdem gibt es 2.610 Dollar gratis auf Bybit, falls ihr noch nicht angemeldet seid. Hier könnt ihr auch Bitcoin einzahlen, USDT, Ethereum, EOS, XRP, Cardano, egal was ihr möchtet. Und ihr bekommt dann diesen 2.610 Dollar Bonus. So, und jetzt lasst uns mal mit Bitcoin weitermachen. Also, wir haben hier die institutionelle Aktivität und sagt der Lux-Algorithmus uns irgendetwas anderes, noch auf dem 4-Stunden-Chart. Auf jeden Fall kann man sehen, dass wir hier noch keinen wirklichen Trendwechsel haben. Wir sind noch nicht bullisch, aber diese Kerzen hier sind schon mal lila. Das bedeutet also, dass der Lux-Algorithmus momentan kurz davor ist, eventuell umzuflippen. Also, der Lux-Algorithmus schaut sich das jetzt ganz genau an. Allerdings muss man dazu auch sagen, das ist noch kein Kaufsignal. Genauso wenig, wie das hier oben ein Verkaufssignal gewesen ist. Sollten wir jetzt also grün flippen, dann bedeutet das nicht, dass man einfach kaufen soll. Man muss sich unbedingt anschauen, wie der Preis gerade ist, wo wir uns momentan befinden, wo die Widerstände sind und alles solche Sachen. Ich werde euch auf jeden Fall über all das auf dem Laufenden halten. Ich wollte euch nur daran erinnern, solltet ihr den Lux-Algorithmus verwenden und das wird grün, dann müsst ihr euch unbedingt anschauen, wie der Markt gerade ist, welche Preise haben wir, welche Widerstände haben wir, befinden wir uns in einer bullischen Struktur. Und sollte das so sein und man sieht, dass der Lux-Algorithmus grün flippt, dann haben wir einen potenziellen, sehr guten Einstiegspunkt, auf den man auf jeden Fall achten sollte. Jetzt lasst uns mal weitermachen und zwar lasst uns darüber reden, wo wir uns momentan in diesem Zyklus befinden. Die orangene Linie, die wir hier sehen können, das ist der Bitcoin-Preis. Das hier sind die Einnahmen nach dem Halving. Was man hier in der blauen Wolke sehen kann, das ist die prozentuelle Steigerung. Oder ich sollte besser sagen, die prozentuelle Steigerung, wenn man diese mit den heutigen Preisen verrechnen würde. Dieser Bereich hier, den man sehen kann, das ist der Bereich, in dem wir uns nach dem Halving befunden haben. Wie ihr wisst, das Halving ist fürgewöhnlich der Startschuss für die nächste parabolische Phase im Kryptomarkt. Das Interessante an der ganzen Sache ist, solange wir uns innerhalb dieser blauen Wolke befinden, sind wir auch immer noch in der zu erwartenden Preissteigerung, die man fürgewöhnlich nach einem Halving sieht. Im Moment befinden wir uns also hier innerhalb der blauen Wolke, allerdings ganz unten an dem äußeren Rand. Sollten wir jetzt allerdings nach unten hin ausbrechen, dann bedeutet das, dass wir im Vergleich zu den anderen Halvings am Unterperformen sind. Natürlich sind das jetzt hier nur zwei Halvings, nichtsdestotrotz kann man am unteren Rand eine solche Steigerung erwarten und ganz oben an der Spitze kann man eine solche Preissteigerung erwarten. Außerdem haben wir hier noch in der Mitte die schwarze Linie, die ein Durchschnittswert aus den beiden Halvings ist. Was bedeutet das jetzt also? Im Grunde genommen bedeutet das lediglich, das sollten wir nach unten hin ausbrechen, dass wir unterperformen, was wir normalerweise nach einem Halving sehen. Für gewöhnlich sieht man allerdings, je weiter wir im Zyklus fortgeschritten sind, eine viel, viel größere Wachstumskurve. Was man auch hier sehen kann, diese Wolke wird einfach immer höher und höher. Würden wir uns jetzt an dieser Stelle bei einem Durchschnittshalvingpreis befinden, dann wären wir mit dem Bitcoinpreis locker bei 100.000 Dollar. Vielleicht gibt es einige Menschen, die sich das hier anschauen und den Preis nach unten pushen, damit die Leute Angst bekommen, dass Leute verkaufen. Und jetzt sehen wir eventuell, dass wir innerhalb dieser Wolke bleiben und einen großen Pump nach oben sehen werden. So, dann lasst uns mal weitermachen. Wir haben eine ganze Menge, über was wir heute reden müssen. Wir werden über Altcoins reden und jetzt sprechen wir erst einmal über Ethereum. Und hier finden wir super Unterstützung bei meiner orangenen Linie bei 2.500 Dollar. Und den nächsten Widerstand haben wir bei 3.000 Dollar. Jetzt, wo Bitcoin sich langsam ein bisschen beruhigt, macht es auch Sinn, sich wieder Altcoins anzuschauen. Auf jeden Fall haben wir bei 3.300 Dollar noch einmal richtig großen Widerstand. Cardano, hier sieht das Ganze ein kleines bisschen besser aus. Hier befinden wir uns über der orangenen Box und haben da große Unterstützung gefunden. Cardano sieht sogar richtig stark aus. Der nächste Widerstand befindet sich bei 1 Dollar und 82 Cent. Und selbstverständlich bei 2 Dollar. Jetzt kommen wir mal zu dem, was gestern passiert ist. Und zwar war gestern ein wirklich historischer Tag. Für gewöhnlich schauen wir uns ja den Nuppel an. Und der Nuppel ist der netto unrealisierte Profit und Verlust. Falls ihr nicht wisst, was der Nuppel ist, dann solltet ihr euch unbedingt meine Videos anschauen, die ich gemacht habe, wo ich über den Nuppel rede. Diese Chart ist wirklich immer extrem wichtig. Allerdings, was momentan genauso wichtig ist, das ist der realisierte Verlust und Profit. Was sagt uns jetzt eigentlich diese Chart mit den ganzen Onchain-Daten? Diese Chart sagt uns, ob die Transaktionen, die momentan stattfinden, in einem Verlust oder in einem Gewinn verkauft werden. Für gewöhnlich sieht man bei großen Kapitulationen, wie damals im März 2020. Und zwar war das der Zeitpunkt, als wir den Corona-Dump hatten. Da ist Bitcoin von 9.100 Dollar bis runter auf rund 4.000 Dollar gefallen. Das sind fast 50 Prozent, die wir gefallen sind innerhalb von nur einem Tag. Im Grunde genommen ziemlich ähnlich, was wir letztens gesehen haben. Wir hatten also hier eine Kapitulationskerze. Also schaut mal hier. Ich male das jetzt mal auf mit dieser roten Linie hier. Also die rote Linie hier, das war die Kapitulationskerze. Eine ganze Menge haben hier in einem Verlust verkauft. Für gewöhnlich markiert das einen Boden. Wie man sehen kann, sind wir danach einfach nach oben gegangen. Aber jetzt schaut mal, das ist nichts im Vergleich zu dem, was wir gestern gesehen haben. Lasst mich jetzt mal zur Veranschaulichung diese Zeitperiode nehmen. Was man jetzt hier sehen kann, ist und zwar ziemlich klar, dass das letzte Teil, was wir gehabt haben, hier gewesen ist. Allerdings wird das noch in den Schatten gestellt von dem, was wir hier sehen können. Das war also das letzte Teil, was wir gesehen hatten. Und jetzt hier haben wir noch viel, viel mehr Leute, die einen extremen Verlust verkaufen. Es gab einfach so viel FAT. Ich meine, selbst der Papst hat sich dazu eingeschaltet. Aber wo es extreme Angst in einem Markt gibt, ist normalerweise ein super Zeitpunkt zum Kaufen. Wir haben jetzt auch einen relativ schönen Pump nach oben. Aber was das bedeutet hier, dass ganz viele Leute wirklich in einem extremen Verlust verkauft haben. Sie haben quasi den Boden verkauft. Was bedeutet das jetzt? Naja, das bedeutet, dass viele Leute einfach ausgeschüttelt wurden. Ich schätze, das waren Retail-Investoren, die in einem Verlust verkauft haben. Wahrscheinlich werden die Bitcoin jetzt ein Scam nennen. Wahrscheinlich werden sie sagen, dass Bitcoin verboten werden sollte und dass sie ihr Geld wieder haben möchten. Und währenddessen wird der Preis nach oben steigen bis auf 100.000 Dollar oder 200.000 Dollar oder irgendwann mal eine Million Dollar. So brutal kann also der Markt sein. Hier werden die Leute bestraft, die keine Langzeitvision haben. Bei Bitcoin sollte man langfristig investieren. Klar, man kann auch in kurzer Zeit sehr viel Geld in Krypto machen. Allerdings sollte man auf jeden Fall das meiste langfristig halten. So, jetzt lasst uns mal weitermachen und zwar mit Ray Dalio. Dieser hat gesagt, dass er lieber Bitcoin halten würde als ein Bond. Was ist jetzt allerdings ein Bond? Ein Bond ist im Grunde genommen ähnlich wie Fiat, nur dass man dafür Zinsen bekommt. Was man jetzt hier allerdings beachten muss, ist, dass die Zinsen für einen Bond wirklich sehr, sehr, sehr gering sind. Tatsächlich sogar so gering, dass man teilweise überhaupt nichts rausbekommt. Ray Dalio sagt jetzt also, dass er lieber Bitcoin halten würde als einen traditionellen Bond. Das ist eine ziemlich tolle Sache, denn Ray Dalio hat in der Vergangenheit normalerweise keinen allzu bullischen Standpunkt, wenn es um Bitcoin ging. Wie es aussieht, wird dieser Standpunkt jetzt mit der Zeit immer ein kleines bisschen bullischer. Er sagt allerdings auch dazu, dass man mit einer wirklich, wirklich hohen Wahrscheinlichkeit damit rechnen kann, dass sie kommen werden und versuchen werden, uns unser Bitcoin wegzunehmen. Genauso wie man 1930 versucht hat, den Leuten das Gold wegzunehmen, dass man den Leuten gesagt hat, dass man kein Gold mehr besitzen darf, dass man kein Gold traden darf. Sowas passiert, wenn die Leute ihr Vertrauen in Fiat-Währung verlieren. Sie gehen in Gold oder in diesem Fall in Bitcoin. Aus diesem Grund werden sie versuchen, alle Mittel und Wege einzuleiten, damit wir unser Bitcoin abgeben. Bitcoin wird es allerdings weiterhin geben. Bitcoin wird weiterhin aufsteigen und glücklicherweise gibt es keine Möglichkeit, mit der sie uns zwingen können, unser Bitcoin abzugeben. Im Gegensatz zu Gold, wo man einfach die Tresore geleert hat. Okay, jetzt lasst uns mal weitermachen und zwar wollen wir uns jetzt den Altcoins widmen. Auf dem Altcoin-Index kann wir sehen, dass wir langsam aber sicher nach unten gehen. Tatsächlich kann man sehen, dass Bitcoin langsam anfängt, andere Altcoins auszuperformen. Man kann auch diese 1000% Gains im Vergleich zu Bitcoin nicht mehr sehen. Vielleicht kommen wir jetzt also in eine Phase, in der Bitcoin erst einmal wieder im Rampenlicht stehen wird. Aber nichtsdestotrotz, einige der Altcoins sind auch stark am Bouncen. Können die Altcoins und kann Bitcoin jetzt also noch weiter nach unten sinken? Klar, aber fürs Erste sehen wir einen schönen Bounce nach oben. Tatsächlich ist einer dieser Coins, über den ich auch oft gefragt werde, Rainicorn. Ich halte auch immer noch Rainicorn und ich werde Rainicorn auch noch nicht verkaufen. Also, naja, wir werden sehen, was in der Zukunft passieren wird. Ich meine, schaut mal, 8 Millionen Dollar in Marktkapitalisierung, das ist wirklich winzig. Und klar, wenn es nach unten geht, naja, dann habe ich halt mein Geld verloren. Aber, wenn es nach oben geht, dann kriegt man locker mal 100x. Aus diesem Grund halte ich auch weiter an meinen Rainicorn fest. Klar, das ist keine finanzielle Beratung. Aber, innerhalb der letzten 30 Tage sind wir immer noch 58% im Gewinn. Vergesst mal so etwas nicht, wenn wir auf dem Weg nach oben sind, immer Profite zu nehmen. Wir sind nämlich auf einem ziemlich großen Run gewesen, bevor Bitcoin sich dazu entschlossen hat, den gesamten Kryptomarkt nach unten zu ziehen. Hätten wir diesen Crash nicht gesehen, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass wir mittlerweile Preise von einem Dollar gehabt hätten. Wir waren schon fast bei 80 Cent oder so. Ich werde auf jeden Fall weiter an Rainicorn festhalten. Ich mache das, was ich mache, ihr macht das, was ihr macht. Aber ich denke, dass sollten die Kryptomärkte keinen riesigen Damm nach unten sehen, Rainicorn weiterhin gut laufen wird. Das war es auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video.